Musik Also zum Kampfsport bin ich gekommen, schon im frühen Alter. Mein leiblicher Vater hat mich schon früh zum Karate angemeldet. Das habe ich dann auch vier, fünf Jahre lang gemacht, bis zu einem Alter von zehn, elf Jahren, wo ich dann auch irgendwann die Lust an Karate verloren habe und bin dann auf Kampfsportarten wie Kickboxen gekommen oder Boxen, habe aber nicht wirklich eine gute Schule gefunden, bin dann für ein paar Jahre zum Fußball gewechselt, habe dann auch erfolgreich Fußball gespielt. Also viele meiner Freunde haben gesagt, warum bist du nicht Fußballer geworden, weil ich wirklich, ohne mich in den Himmel zu loben, auch einen talentigen Fußball hatte und bin dann wieder irgendwie zu dem Kampfsport gekommen und habe dann X Martial Arts gefunden durch Nordin Asri, der diesen Kampfsport, einer der ersten in Deutschland, ausgelebt hat und habe gesehen, okay krass, das bringt ja alle Kampfsportarten nur ein. Da hast du nicht nur Kickboxen und Boxen, sondern hast auch noch Ringen, Judo und ich kann bis morgen aufzählen. Da hast du halt wirklich alle Kampfsportarten in einem und habe dann gesagt, ey, das will ich machen. Musik Musik Witzigerweise einer meiner besten Freunde, das ist der Shark hier und der Sufjan, Hachadu, das sind die Neffen vom Nordin, was ich gar nicht wusste, weil wo ich denen halt erzählt habe, ey, ich will MMA machen, damals hieß es noch mehr Free Fight, weil das ist alles, was ich erzähle, schon über zehn Jahre her, haben sie gesagt, komm doch mal mit zum Training und so bin ich halt zum Mixed Martial Arts, zum MMA. Musik 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 Ich bin nicht der beste Boxer, ich bin nicht der beste Kickboxer, ich bin nicht der beste Ringer, aber ich beherrsche von allem ein bisschen. Klar, wenn du dich jetzt mit einem reinen Boxer meldest, ich gehe in meiner Vorbereitung in ein reines Boxstudio, die wirklich reine Boxer sind, die wirklich von Montags bis Freitags oder Samstag nichts anderes machen als Boxen. Klar sind die mir überlegen in deren Disziplin. Klar, wenn ich zum reinen Ring gehe, wenn ich mit einem reinen Ringer mache, der auch von Montags bis Freitag nichts anderes macht als Ring, der ist mir auch überlegen in seiner Disziplin. Aber wenn du alles zusammenbringst, würde ich sagen, ich kann von allem etwas. Musik Der Begriff zum Beispiel Habib Nurmagomedov, das ist ein Weltklasse Ringer, aber ich kann mir nicht den Style von Habib Nurmagomedov angucken, nur weil er jetzt, sage ich, nur mein Vorbild ist und jetzt genauso kämpfe wie er. Anders wiederum wie Conor McGregor. Conor McGregor ist ein guter Standkämpfer. Ich kann aber nicht sagen, okay, ich will genauso kämpfen wie Conor McGregor. Ich muss vielleicht gucken, okay, der Style von Habib Nurmagomedov gefällt mir ein bisschen, der Kampfstil von Conor McGregor gefällt mir ebenfalls und ich versuche, so alles so zusammenzubringen, aber im Endeffekt muss ich meinen eigenen Style finden. Musik Ich habe einen schweren Unfall gehabt. Ich wurde von mehreren Leuten auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Ich hatte eine Messerstichverletzung, ich lag mehrere Wochen auf der Intensivstation. Ich musste mehrmals notoperiert werden. Und das war in erster Linie der schwierigste Kampf für mich, jetzt außen vor vom Kampfsport. Sondern das war überhaupt der schwierigste Kampf für mich, überhaupt wieder in, ja, ich sag mal, in das Sportleben zurückzukommen. Weil die Ärzte haben zu mir gesagt, okay, du wirst den Sport vielleicht nicht mehr machen können. Und nach dieser schweren Operation und diesem Schicksalsschlag bin ich wieder zum Sport zurückgekommen und habe dann meine erste Niederlage, was mich dann nochmal wirklich in ein tiefes Loch gerufen hat. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, so, okay, jetzt musst du noch härter trainieren, um wieder an die Erfolgsspitze zurückzukommen. Und das habe ich Gott sei Dank auch wieder geschafft. Ich kann von dem Sport leben, aber ich würde sagen, okay, ich will nur von dem Sport leben. Und Sky is the limit. Bei dem Sport geht es immer nur weiter nach oben. Ich meine, ich habe es mir damals als Ziel gesetzt, in den Top 5 in Deutschland zu sein. Irgendwann hast du das Ziel erreicht. Du bist unter den Top 5 in Deutschland. Ich war unter den besten Dreikämpfern in Deutschland. Ich bin immer noch unter den besten Dreikämpfern in Deutschland. Dann war mein Ziel, Champion zu werden auf Deutschlands größter Organisation. Auch das habe ich geschafft. Aber es geht immer weiter nach oben. Dann ist dein Ziel, ich will irgendwann mal in der besten Liga der Welt kämpfen. Ich will in den USA kämpfen. Ich will in Las Vegas kämpfen. Auch das Ziel habe ich erreicht. Aber es geht immer weiter nach oben. Und das ist so meine Motivation. Das ist mein Ziel. Also jeder, der mich mal gefragt hat, was ist das für ein Gefühl, überhaupt im Ring zu stehen? Was ist das überhaupt für ein Gefühl, gewonnen zu haben? Da kann ich es eben sagen, oder ich sage zu jedem, das ist ein Gefühl. Das kannst du niemandem beschreiben. Das Gefühl musst du selber erleben. Und das war mein schönstes Gefühl, mein erster Sieg bei meinem ersten Kampf. Da war ich 17 oder 18 Jahre alt. Aber was ein noch viel schöneres Gefühl war, wirklich auf Deutschlands größter Organisation, wirklich der Titelträger zu sein. Weil da kannst du wirklich sagen, ich bin in meiner Gewichtsklasse, oder ich gehöre wirklich zu den Besten in meiner Gewichtsklasse in ganz Deutschland. Da kannst du wirklich sagen, ich habe es schon geschafft.